Musik Herzlich Willkommen bei 4U Since 2013 Ich möchte euch kurz erklären, was euch hier erwartet Und FIS 2013 Ja, Sprecher gibt es auch Wie ich es nenne, stellt ein Dach für Spiele dar Die aus Leidenschaft von Spielern kommentiert werden Daher sind natürlich auch Anfragen eurerseits gekommen Die Gruppe zu verstärken Wer Unterstützung benötigt, was gesetzliche Fragen angeht Oder sonstige Fragen hat Kann sich natürlich stets an die Leitung wenden In allererster Linie werden Spiele gespielt, die Spaß machen Nur so lässt sich auch für euch ein entsprechender Unterhaltungsfaktor generieren Hauptelement werden sicherlich irgendwo auch Indie Spiele sein Wobei wir natürlich auch die Community größeren Artikel nicht weglassen werden Mit zwei Let's Play Reihen aus Vergangenheit ist FIS 2013 gestartet Im Hintergrund seht ihr Natural Selection 2 Ein sehr interessanter Online-Shooter mit entsprechendem Flair Muss ich sagen Zu dem es auch ein Video geben wird Bislang ist FIS 2013 nur Facebook und YouTube vertreten Das wird sich allerdings zu gegebener Zeit auch ändern Wer also mal kann eines von beiden adden Und wird somit nichts mehr verpassen Was es in Bärle auch geben wird Ist ein Spielplan Der wird gerade für das Organisatorische Sehr wichtig sein werden Und Natürlich geht es auch darum Dass ihr euch auf stabile Zeit verlassen könnt Ich wünsche euch jetzt viel Spaß Und falls ihr Vorschläge, Ideen oder gar Kritik haben solltet Raus damit, du Sau Raus damit, du Sau